Mann und Kapu und das Konzert vierten Folge von die Kürtel und jetzt fehlt hierher jetzt kommen in der letzten Folge waren wir bei der GKW also bei diesem Kapitel Ding und wir waren in dieser RR Welt wo wir fast vom Glitchtrap was auch immer festgehalten wurden und jetzt dann geht's weiter also laut einigen Anzeichen wird das jetzt wahrscheinlich ein Roxy Area sein na mal gucken man hat nämlich ein Stück Haar mit einer Schere gesehen und TNM bis wie Tom hat die Vermutung ich weiß wie ich dich nennen soll hat die Vermutung dass das Roxy wird ja oh Lorenz meint wir sind bei Roxy jetzt sind wir bei Roxy oh Roxy hat sich komplett verstanden Roxy oooohh ey Digga es muss wohl Roxy jetzt retten indem er die er indem sie die Knoten verschaltet одна wo ist denn Roxy retten d Incred contrario Ach so, sorry, sorry, sorry. Wenn ich versprochen habe, tut es mir ab, nicht leid. Wüstere Gemeinde. Wir müssen jetzt mal das Teil, diesen Knoten finden. Bitte keinen vierer Knoten, das wäre sehr nett. Der Gapotro-Folge, einfach immer andere Stimmung. Erste Folge Debrichstimmung, was war die zweite Folge? Eine Folge einfach normal. Dritte Folge übermotiviert und dieser? Horror. Okay, Mann. Ist etwa hier der Knoten? Oder... Ah, ne, wir sind zurück. Aber da müssen wir Richtung Roxanne gehen. Ich denke mal, ne? Oder hier hoch. Gregory! Ich muss da rein! Ja, ich muss da rein. Was? Nein! Oh Gott! Hello there! Du bist deaktiviert. Und? Oh! Was habe ich denn da gesehen? Ein Geschenk. Glam Rocky Plush. R... Äh, AR. Wir haben einfach fast gar keine Overworld-Geschenke. Oh. Da ist der Knoten. Da ist der Knoten. Du bist da weg! Du bist da weg! Ihr seid der Knoten! Da ist der Knoten! Was passiert hier? Da ist der Knoten! Ein bisschen weg! Ah, der ist doch... Okay, der ist doch dann weg! Das ist Chica. Aber warum hört man immer Chica? Lässt Chica doch noch da? Immer wenn man in der Vision ist, hört man Chica. Ah. Das müsste auch irgendwas zu bedeuten haben. Oh, das ist Ranny. Nein, nein, das ist Chica. Ich erinnere mich selber an die Böse. Das wird jetzt episch, ne? Okay. Nein! Nein! Das wirkt sich nicht! Ach, nein. Nein! Nein! Boah, die sind aber ganz schön. Das bin ich. Nein! Wow. Oh, man kann jetzt durch. Stöch, 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 stöch. Zu langsam. Zu langsam wird Chica. Vielleicht das nächste Mal. Maybe next time. Maybe next time. Okay. Da bin ich echt. Da bin ich echt. Eifball. Really? Gross, 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 gross. Höh? Outplayed. Tonig. Ach, dicker, was ist das jetzt? War immer gewesen. Really? Really? Ja, verstehe. Wir machen es genauso wie Cassie. Tja, zack. Was machst du jetzt? Nicht schnell genug. Du bist nicht fast genug, Glitchy-Boy. Glitchy-Boy? Ja, das ist Glitchy-Boy. So, wo sind die anderen? Outplayed. Muske aus, Muske anrollen. Ach, oder so. Ich würde sagen, da sucht dich jemand. Ich würde sagen, da sucht dich jemand. Wow. Der Sebastian, du sagst nichts mehr. Ja. Feier ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das da kommentieren kann. Ja, ich auch nicht. Das ist das Ding, deswegen waren wir so zwei. Hinter dir ist ein Start-Bot. Äh, so ein Robby. So ein kleiner, äh, da. De-Activate Mini-Rob. Boom. Also, ich frage mich, ob Chica eigentlich nur noch auf Gregory programmiert ist. Hm. Bistwe, generell die ganzen Animatronics, also rufen wir die ganze Zeit nach Gregory. Ich weiß nicht, was hier war sie immer. Ob sie immer noch programmiert sind oder ob Glitchy-Boy da rumgepuchtet hat. Oh, wer weiß. Tja. Wer weiß, der weiß. Weil es überhaupt Glitchfab ist, ich weiß den Namen von dem neuen Animatronic nicht. Da ist er. Wenn man vom Hasen spricht. Äh, wo ist jetzt dein Ding? Das Zimmer. Ähm, ah. Minecraft. Die Box ist wichtiger. Ich holt Plush-Baby. Oh mein Gott, Plush-Babys. Hä? Auf VR, ich hab einen Eintrag von Plush-Baby. Ja. Oh, da ist noch was da. Oh. Der Hase ist nicht da. Hä, was soll ich machen? Du musst dir die Kamera aber schlecht binden. Achso, okay. Oh. Die Jumper. Ich feil ja den Chica Jums, ja nicht. Nein, ich kann die Maske nicht benutzen. Oh mein Gott. Irgendwie hat er mich angeschaut. Hast du gerade gesehen? Ja, gleich. So. Der will dich töten. Ey, ich hab kurz die Steuerung verloren. Äh, vergessen. Ah, okay. Was war's nochmal? Kein Plan. Schere. Schere. Auge. Ich hab's ja wieder zu Ende gemacht. Oh, du hast gefehlt. Oh, ein Blitzschirr, nimm das. Hä? Das ist jetzt kein Temp durch. Und jetzt so. Outplayed. Bruh. Nein. Hast du ihn gerade gesehen? Nein. Oh mein Gott. Greg is missing. No way. Ja, okay. Ich hab einen eigenen Kopf geschaut. Ich hätte da hin weiterlaufen müssen. Ja, Leute, das war's. Kann ich ihn auch planen? Ja, das ist wie ganz ich das gesagt hast. Hast du ihn gesehen? Hm, let's go. Haha. Hä? We can. Kann ich mal wieder gehen? Danke. Ich hab jetzt alle, oder? Ja. Boah, ein Vier. Vierer, Junge. Anstrengend. Das schau ich. Auch einen. Oh, krass. Ja. Ja, ja, ja. Ich auch. Mh, bruh. So, dann können wir ja jetzt endlich ein kassel Quiz machen. Das ist definitiv richtig einfach. Oh, ich hab euch noch. Ich hab noch vielleicht nicht schlecht. Ich bin noch nicht weitergegangen. So, let's go. Roxy? Roxy? Ich will dir aber nicht Roxy geholfen. Foxy, bist du hier? Nein. Digga, was her denn gerade? Foxy? Nein. Hey, oh boy, Foxy. Auf, lock. Ich hab so sehr gewiss, wie gut. Oh. Der Sigurd ist auch, Simon. Der Musik ist ja gerne. Boah, Alter. Ey, wie nett sie Foxy ist. Das wäre so geil. Hm. Der Pater sei mal geskippt. Ich bin schon wieder raus aus Foxys Area. Ach, schade. Foxy wird wohl nie wiederkommen. Oh, Mann. Immer diese Roxy jetzt links neben dir auf einem Plakat, wahr? Ja. Nee, Mann. Montgomery Gator. Pika, Chicken. Will Chicken Nachnamen? Äh, Pika. Ich hoffe, ich bin nicht zu late. Ich hoffe, ich bin nicht zu late. Sind wir jetzt schon hier? Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich bin immer noch nicht verweilen. Hier runter. Let's go. Das ist eine gute Idee. Was bist du am Raceway? Das ist Gregory. Nein. Ist Gregory etwa hier unten? Also, wie lange wirst du noch klettern? Rocken sind hier unten. Weil du sonst einen Jumps ja gleich kassierst. So weit ist sich einfach mal nicht runter schauen. Flitze. Auch Mann, er ist nicht da. Warum spricht er die immer an, Junge? Ey, sie... Ich glaub, sie checkt nicht ganz, dass die aggressiv sind. Nein, Jump'n'Run. Oh, wenn du die nicht schaffst, dann wirst du gefressen. Ach so. Fing mal rein. Nein, nein, nein. Ich hab das nicht riskieren. Ah, stimmt. Aber du brauchst. Man kann nicht sprinten. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht darfst du das gar nicht. Ich glaub, bis er herkommt und dann auch gerne. Oh, mein Gott. Könnte ich mich einfach an dem Bein packen und essen? Ja, so schlau ist er nicht. Und Bäm. Oh. Komm, bitte, 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 bitte. Nein. Jetzt. Entschuldigung, ich darf sie da rein. Ich hab noch mehr Wasser. Ja, irgendwie cool. Ich bin sauberlich. Hä, ich war wirklich ein Wasser. Nein. Alter, wie du mitgefühlt hast. Junge. Mann, dieser Typ. Nein. Oh mein Gott. Junge. Mann, der ist ja schlauer. Bonny? Nee, Bonny war schlauer als Glamrock. Achso. Monty. Der darfst auch umdrehen. Kann man sehen, ne? Schlau. Lass mich hoch! Ja, also Monty ist echt ein bisschen nicht zu schlau. Ah, ich glaube, ich komme nicht. Oh, nee, nee, das ist doch dumm. Oder kann ich das auch... Hä? Oh, mein Gott. Nein. Er kommt, ist okay. Aber ich habe ja so nur Glück. Eigentlich sollte er bestimmt der Lange schwimmen. Nein, geh doch, Junge. Sie sind schön. Oh, Monty wird elektrisiert. Nein. Das war's, das wird Monty? Ja, Monty, Junge. Der wird immer so krass auseinandergenommen. Er wird schon komplett sehr fest. Er hat kaum noch irgendwas erst einmal nur noch ein Exoskelet und wird auch noch elektrisierend weggeballert. Von hello. Oh, nein. Danke, Mann. Was sind denn hier? Ist das gut? Immer noch im Wilden Westen. Nein, ist hier etwa... Gold Freddy? Nein. Gold Freddy! Links. Right. oh nein wo muss ich jetzt hin ach so was denn das ist richtig hey da komme ich doch her nein natürlich komme ich da nein ja ich weiß doch wo ich herkomme da hochgehen die rutsche ja ja da geht es ja nicht weiter oder übersehe ich hier mal wieder was ja leider eine goldene oh mein gulden Fredy hast du nein golden Freddy den gab es schon so lange nicht mehr man sie müssen amst er so lange nicht springen bloß doch die vorken sie ich war eigentlich dass sie so was jetzt in diesem weg passiert wenn sie erst in der nächsten folge erfahren lorenz und ich verabschieden uns damit zum nächsten mal